so ich spiele jetzt eine runde 1080 ich hoffe das ist von der tonlautstärke her voll in ordnung ich habe mir jetzt nicht die mir gemacht und habe hier irgendwie den background rausgesucht das sollte hier voll in ordnung sein deutsch rennen ich mache mal ein bisschen rennen einfach mit wem fahre ich denn hier kann mich an die namen gar nicht an die um blaster rob heywood akari hayami ricky winterborn und das ist der kentke kimachi ich habe keine ahnung meine füße normal oder goofy ja beide füße sind ich komme mir muss mir erst mal wieder klar kommen klar kommen mit der steuerung vor allem ich will jetzt hier nicht mit der original tastenbelegung ich kann auch hier irgendwie fahrt aufnehmen kann ja gerade gar nichts merke ich das war dumm das war auch dumm ich kann gar nichts mehr als ich dieses spiel gespielt das letzte mal gespielt habe weiß ich nicht das ist 20 jahre her oder so okay hier geht es nicht um tricksen jetzt einfach nur darum um ins ziel zu kommen was ich hier mache es ist mega peinlich naja egal versuchen wir es nochmal ach schitte bleibe ich dem auf dem fersen ich fummel hier jetzt nicht groß rum nein die kurve geht nach da verdammt verdammt ah shit 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 aber ich bin noch auf dem board ja das war die kurve ein bisschen zu scharf komm aber komm nimm dem tempo auf nimm dem tempo auf junge nimm dem tempo auf komm den holen wir noch ein naja die kurve ist zu scharf die kurve ist zu scharf komm ja bleib auf dem board komm ah die kurve habe ich nicht gesehen shit shit naja komm den hol ich noch ein den hol ich noch ein ja komm oh aber ganz knapp aber ganz knapp da habe ich so vom board gekickt das tut mir nicht leid so komm nimm die kurve nein 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 nicht gegen die kippe nicht gegen die kippe verdammt 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 komm nimm die kurve ah komm aber nein nein so und sie erst mal auf den herrn sie kippt sie mich weg ich wollte sie wegkicken und sie kickt mich weg so so das war knapp so jede menge Hubbel aber ich mache jetzt hier keine tricks so komm gib Gas junge nicht gegenbrettern das war gar nicht so geil komm haste komm du schaffst es yes nächste runde erreicht juhu joa gar nicht mal so verkehrt kensuke kimachi vs dion blaster ok dion blaster go ah verdammt ich glaube der ist auch dagegen geschellt ich glaube der ist auch dagegen geschellt komm wieder hoch komm wieder hoch shit 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 hol ich den noch ein ich glaube nicht verdammt äh den hol ich jetzt wohl nicht mehr ein was gibt es doch nicht ach das gibt es doch nicht ja oh wei 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 too bad wie too bad ja gut äh definitiv nicht mein Spiel aber wo wir gerade ähm dabei sind ich werde glaube ich nochmal was anderes von der n64 spielen ja das war 1080 auf dem nintendo 64 spät geht super okay jetzt ich endlich Untertitelung des ZDF, 2020